Musik Sehr geehrte Damen und Herren, danke für das zahlreiche Erscheinen zur heutigen Pressekonferenz, der ersten Pressekonferenz von Lukas Lang. Wir reden ja davon, dass wir die Blue Billings auszeichnen, dass wir damit Leuchtturmprojekte der Nachhaltigkeit transparent machen und der Branche zeigen, dass es möglich ist. Dementsprechend ist es für uns genau das, für was wir kämpfen, was wir arbeiten, dass Nachhaltigkeit gebaut wird und vor allem gelebt wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017